Die Augenringebehandlung, hier zeigen wir beinahe jeden Tag eine Behandlung. Wir führen im Jahr mehrere tausend Augenringebehandlungen durch. Damit sind wir, glaube ich, auch eine der Kliniken, die ganz spezialisiert auf diesem Bereich sind. Es ist keine normale Unterspritzung, wenn man hier eine falsche Schicht eintrifft oder das Gefäßnervenplexus hier trifft oder auch die Tränensäcke verletzt oder aber auch hier den Tränenabflusskanal verletzt, dann kann es hier zu erheblichen Problemen kommen. Deshalb empfehle ich hier immer nur von einem erfahrenen plastischen Chirurgen, sich behandeln zu lassen.